Musik Wir sind nun 50 Tage am Protestieren. Es ist ein Festerkern von Leuten, die seit 50 Tagen jeden Tag in dieser Kälte schlafen, bei allen Wetterbedingungen und nebenbei zur Arbeit gehen, zur Uni gehen, zur Schule gehen, die Küche schmeißen, Nachtwache machen, Ordner schieben und für die ganze Infrastruktur des Camps jeden Tag irgendwie kämpfen. Die können das nicht lange durchhalten. Das sind gute Menschen, das sind starke Menschen, aber das sind keine Supermänner und keine Superfrauen, auch wenn sie Superarbeit leisten. Wir brauchen mehr Unterstützung im Camp. Wir brauchen all die Leute, die zu den Demonstrationen kommen. Wir brauchen euch auch im Camp. Wir brauchen euch alle. Und ich hoffe, dass ihr diese Worte teilt auf Facebook, auf Twitter und per Mundpropaganda. Wir brauchen mehr Leute auf den Straßen, weil auch wenn die gefühlte Lage in Deutschland gut ist, auch uns brennt der Arsch. Wir haben 2059 Milliarden Staatsschulden. Es dauert nicht mehr lange, bis wir auch runtergeratet werden, was auch immer das zur Sache tut. Abschließend möchte ich einen Gruß an alle Camps, an alle protestierenden Menschen in der Welt schicken. Hinter dieser Maske und hinter jedem Zelt, das in einem Occupy Camp steht, steht eine Idee. Eine Idee ist wetterfest, eine Idee ist knüppelfest, eine Idee ist räumungssicher und eine Idee bleibt.